Ah, endlich Feierabend. Jetzt habe ich meine Ruhe. Ah, so eine gemütliche... Wer sind denn Sie? Ich bin der Essenszusteller und habe vorhin neben Ihnen im Bus gesessen. Wie sind Sie hier reingekommen? Die Tür stand zufällig offen. Verstehen Sie? Sie bringen mir also Essen? Ja, ich meine... Das schmeckt gut. Also, so etwas Ungeschicktes habe ich noch nie erlebt. Sie haben das Essen bereits gegessen und liefern mir Essen. Ja, äh... Wollen Sie dieses Essen haben? Wenn Sie sich weiterhin so ungeschickt anstellen, dann müssen Sie verschwinden. Okay, dann verschwinde ich eben. Mmh... 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 Mmh...